Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die Festtag hat Coop Marca Praliné in einer grossen Auswahl zu günstigen Preisen. Probieren Sie die feinen Arnie Praliné Surfin. Oder die Arnie Fair Lady, das ist eine ganz exklusive Überraschung. Und die Arnie Praliné Trüff sind nach dem traditionellen Rezept hergestellt. Sie sehen, der Konfiseur von Arnie versteht sein Handwerk. Jetzt habe ich Ihnen gerade noch eine andere Geschenkidee, nämlich die beiden Bücherangebote, die es nur bei Coop gibt. Das ist ein Titel. Geheimnis Tier. Das Buch verratet Ihnen die erstaunlichsten Geheimnisse aus der Tierwelt, die die Wissenschaft bis heute herausgefunden hat. Einfach und anschaulich beschrieben mit über 200 selten schönen Farbaufnahmen. Und das hier ist das zweite Angebot. Ewige Welt. Das Buch erklärt ebenfalls farbig und unterhaltend die Geschichte der Menschheit und der Tierwelt. Die Entstehung der Kontinente. Die Forschung im Polargebiet. Und vieles mehr. Die beiden schönen Farbbücher mit 200 Seiten gibt es jetzt bei Coop zu preisen. Das glauben Sie nicht, wenn Sie sie sehen. Aber jetzt alle Coop-Mitglieder gut zuhören. Und natürlich auch, wer noch nicht Mitglied ist. Denn jetzt lohnt sich eine Anmeldung erst recht. Coop bietet nämlich alle seine Mitglieder, die qualitativ hochwertige Satrap Kaffeemühle, zu einem unglaublich günstigen Preis. Satrap Molina 80 hat alles, was eine gute Kaffeemühle braucht. Nämlich ein hochwertiges Mahlwerk. Und das wird nicht warm und darum behaltet eben der Kaffee sein voller Aroma. Ein Mahlwerk gibt auch viel feinerer Kaffee als die ebenfalls gebräuchlichen Schlagwerke. Es gibt also nur eins, ein Mahlwerk wie bei der Satrap Molina 80 von Coop. Achten Sie der nächsten Coop-Zeitung auf das Inserat und schneiden Sie den Gucci aus. Und wenn Sie noch nicht Coop-Mitglied sind, dann können Sie sich mit dieser Karte in Ihrem Laden anmelden. Und so von Coop-Mitglieden-Hit und vielen anderen Mitgliedervorteilen profitieren. Ich habe hier noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Einwohner von Riggisberg bei Bern und von Schaffhausen und Umgebung. Morgen Morgen um halb neun Uhr geht in Riggisberg der neue moderne Coop-Center auf in einem schönen Bauernhaus. Und morgen Morgen um acht Uhr wird in Herblingen bei Schaffhausen ein grosses Einkaufszentrum eröffnet. Mit einem modernen Coop-Center und einem Heimcenter mit vielen Wohnideen. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, das wäre es wieder mal gewesen. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Katzen- oder Hundefollnahrung, Fido-Boulette, statt 2,60 Euro, nur 1,90 Euro. 500 Gramm Margarine Bonjour mit 10% Anke, statt 2,60 Euro, nur 2,00 Euro. Jetzt gibt es besonders günstig bei Coop ausländischen Raclette-Käse. In Scheiben 11,50 Kilo, en bloc 10 Franken das Kilo und in Stücke zu 1,2 Kilogramm 9 Franken das Kilo. Die drei verschiedenen Markenzahnbarstagen gibt es jetzt bei Coop 75 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, 5 Kilo Omo, statt 15,90 Euro, nur 13,90 Euro. Und ein Kilo Clementine im Netzli für nur 1,50 Euro. Als aktueller Preisschlager, die zwei Bücher, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, kosten nur 8,90 Euro pro Buch. Auf Wiedersehen.